So, dann fangen wir mal an. Wir sind in Schicht 4, der Transportschicht. Das sind Folien vom Kollegen Martin Stiemerling, die ich ein bisschen erweitert habe und die ich Ihnen in diesem Semester präsentiere. Nochmal, wo sind wir? Naja, hier in Schicht 4. Und im Internet ist das sozusagen die vorletzte Schicht, wenn Sie so wollen, weil wir da Schicht 6 und 7 nicht implementieren oder nur in Ausnahmefällen implementieren. Und dann kommt da oben dann gleich die sogenannte Schicht 7. Also im ISO-OSI-Stack nennt man die dann Schicht 7, die Applikationsschicht. Im Internet-Stack wäre das dann, je nachdem aus welcher Richtung Sie gucken, dann eben die vierte oder die erste. Ich beziehe mich in meinen Nummern natürlich immer auf das ISO-OSI-Modell, also auf den linken Stack. Und da sind wir eben in Schicht 4, Transportschicht. Im praktischen Fall ist das in der Regel entweder TCP oder UDP. Da gibt es nicht viele andere Protokolle, die da implementiert sind und die eine praktische Relevanz haben. Theoretisch können Sie natürlich da auch Ihr eigenes Protokoll implementieren und da laufen lassen. Also das Konzept der Transportschicht ist natürlich allgemein, aber de facto haben wir es immer mit TCP und UDP zu tun. Wir werden das jetzt wie folgt machen. Ich werde Ihnen erstmal generell erklären, was diese Schicht tut, was die Aufgaben dieser Schicht 4 sind. Und dann werden wir genau zu TCP und zu UDP kommen. UDP ist eine relativ schnelle Sache, weil das letzten Endes nur ein Header ist. Also da steckt sonst nicht viel Funktionalität drin, außer Multiplexing auf Prozessebene. Und das wird über einen Header, also über die Portnummern gemacht. Darüber reden wir so ein bisschen. Ansonsten hat UDP keinerlei Funktionalität. TCP hat im Gegensatz dazu sehr viel Funktionalität, über die wir sprechen müssen und die ich Ihnen auch im Detail erklären werde, zu diesem Termin und zum nächsten Termin. Gut, reden wir über die Dienste der Transportschicht. Für die Transportschicht ist das Netz nicht mehr sichtbar. Sie sehen keine Router auf Transportebene. Sie haben lediglich eine End-zu-End-Verbindung zwischen User A und User B. Links, einzelne Links, also egal ob die auf Layer 2 sind oder sozusagen auf Layer 3 zwischen Routern, sehen Sie auch nicht. Sie sehen, User A möchte ein Paket verschicken. Ich sage jetzt absichtlich allgemein Paket. Gibt das an irgendeine Interface und diese Interface schickt das direkt an User B. Und das Netz ist sozusagen getunnelt. Also das ist eine End-zu-End-Notion, also eine End-zu-End-Sicht, die wir hier haben. Das heißt, für die Transportschicht ist das Netz eine Blackbox. Sie interagieren mit dem Netz über sogenannte Primitive. Primitive sind grundlegende Nachrichten, die Sie mit sogenannten Service Access Points, also mit Schnittstellen zum Netz, austauschen. Ich werde da gleich ein bisschen mehr zu sagen und Ihnen ein paar Beispiele für diese Primitive geben. Das ist halt eine Terminologie, die sich an der Stelle eingebürgert hat. Und ja, was meine ich hier mit User in der Grafik unten? Das ist in der Regel ein menschlicher Nutzer oder eine Applikation. In der Regel ist das so ein Prozess auf Betriebssystem-Ebene oder ein Thread. Und da gibt es wie gesagt die Schnittstelle, die in der Regel vom Socket implementiert ist. Also Socket ist jetzt wie gesagt, das ist jetzt hier ein abstraktes Modell. Socket ist so eine Art, das dann in Betriebssystemen zu implementieren. Ja, das kommt so aus der Unix-Welt ursprünglich, ist dann in Linux und Windows dann integriert worden. Genau, und diese Dienstschnittstelle, also die Interface sozusagen zum Netz, die nennt sich dann Service Access Point. Hier gibt es erstmal nicht viel zu verstehen, das sind einfach erstmal nur Terminologien. Was Sie verstehen müssen, ist wirklich, dass ich weder auf TCP noch auf UDP-Ebene irgendwie einzelne Links sehe. Gut, was sind diese Primitive? Also diese, ja, grundlegenden Nachrichten, die mit der Netzinterface ausgetauscht werden können. Ja, die haben die Funktion, das Netz wegzuabstrahieren. Sollte aus der vorigen Folie eigentlich auch schon klar sein. Und die enthalten Parameter. Also zum Beispiel sowas wie eine Sendeadresse oder eine Sendeidentifikation. Ja, ich rede hier nicht notwendigerweise über IP-Adressen. Das können auch andere Adressen sein, um zum Beispiel den Prozess zu identifizieren. Also den Prozess, der das Netz nutzen will. So, dann Empfänger. Ja, das kann auch wieder eine Adresse sein in irgendeiner Form oder irgendein Index für einen Prozess. Und natürlich die Nachricht, das ist ein Parameter für so ein Primitiv, das ist dann die Payload. Das sind die Daten, die Sie übertragen wollen. Und diese Nachricht nennt sich dann Service Data Unit. Das ist übrigens ein allgemeiner Begriff. Also jede Schicht hat eine Service Data Unit. Das ist einfach die Payload von der nächsthöheren Schicht. Ja, das kommt einfach aus der Kapselung. Gut, hier ist mal so ein Beispiel von einem Nachrichtentyp, also von so einem Primitiv. Und Sie sehen, hier macht User A ein Request für Nachricht X. Ja, also X ist die Nachricht, Request ist das Primitiv sozusagen. Und ja, dann schickt er sozusagen damit vielleicht eine Nachricht ab. Also dieser Request kann halt sein, dass vielleicht eine Datennachricht übertragen wird. Und X ist sozusagen diese Nachricht. Und dann kriegt User B in Folge darauf die Indication. Und antwortet dann mit einer Response, also mit dem Primitiv-Response. Und daraus wird dann aus der Netzwerk-API, also die Interface oder der SAP des Netzwerkes, gibt dann eben ein Confirm zurück. Also Sie sehen, der Dienst dieser Schnittstelle ist eben auch, aus bestimmten Primitiven andere Primitive zu machen. Wie zum Beispiel aus einem Request, einem Indication und aus einem Response, einem Confirm. Ja, hier wird nochmal erklärt, was die alles machen. Das sollte relativ klar sein, einfach vor einer Namenswahl, was da passiert. Ja, also User A fragt beim Service-Access-Point eine Paketübertragung an, bei seinem lokalen. Ja, dahinter steckt natürlich ein ganzes Netz, also im Zweifelsfall ein ganzes Internet mit der ganzen Komplexität, die wir bisher betrachtet haben. Das wird dann irgendwie übertragen, von dieser Blackbox-Netzwerk. Und daraus macht dann der lokale Service-Access-Point des Users B, also im Stack des Users B, wird dann eine Indication draus gemacht. Und die Nachricht wird hochgegeben mit diesem Primitiv-Indication. Und dann geht das wieder rückwärts mit dem Response und dem Confirm. Das ist so mal die Notion, die wir so haben, oder so das Bedienungsmodell von Stacks. Ja, also wenn Sie Stack-Programmierung machen, wenn Sie Socket-Programmierung machen, also Socket ist, wie gesagt, eine Interface für den TCP-IP-Stack in den meisten Betriebssystemen, dann folgen Sie diesem Modell. Das passiert zum Beispiel, wenn Sie so etwas wie einen Web-Server mal selber implementieren möchten. Oder irgendein, auf niedriger Schicht, also ich sag mal ohne Skript-Sprachen, vielleicht ein CGI-Kommando. Also wenn Sie ein hochperformantes, zum Beispiel eine hochperformante CGI-Anwendung schreiben wollen, dann würden Sie damit mit diesen Sockets zu tun haben. Gut. Wir müssen über Verbindungslosigkeit sprechen. Also bevor wir jetzt über TCP reden und die ganzen komplizierten Sachen mit Verbindungen besprechen, müssen wir über Verbindungslosigkeit sprechen. Wir haben bisher auch implizit in der Regel Verbindungslosigkeit angenommen. Wenn Sie sich an das Mac erinnern, da hatten wir so etwas wie Aloha, jeder konnte senden, wann er wollte. Da hatten wir so etwas wie CSMA. Jeder hat gehört, bevor er gesendet hat, aber dann hat er sofort losgesendet. Da sind nicht irgendwelche Verbindungen im Vorhinein ausgehandelt worden. Das war bereits verbindungslose Übertragung. Wir haben das bei IP übrigens auch. IP, Datagramme, also streng genommen, die IP-Pakete heißen ja streng genommen Datagramme. Und Datagramme ist der Term für Pakete eines verbindungslosen Protokolls oder einer verbindungslosen Übertragung. Und IP ist verbindungslos. Also es werden zwischen Routern und zwischen Ihnen und den Routern, also zwischen Hosts, im Internet keine Verbindungen ausgehandelt. Nicht auf Layer 3, nicht auf IP-Ebene. Dass Sie dann da drüber eine Verbindung fahren, mithilfe von TCP, ist eine andere Frage. Diese Verbindung da drüber wird ja auf Layer 4 ausgehandelt. Und das werden wir im Detail auch besprechen. Aber merken Sie sich, alles was da drunter passiert, auf Layer 3 und Layer 2, Layer 1 sowieso, da reden wir ja noch nicht mal über logische Verbindungen, das ist verbindungslos. Also Verbindungslosigkeit ist ein wichtiges Verfahren und das wird im Internet auch mithilfe von UDP nach oben durchgereicht. Also Sie haben eben auch auf der Transportschicht dann immer noch die Chance, verbindungslos zu arbeiten. Sie können so sagen, dass Verbindungslosigkeit die Übermenge ist und verbindungsorientierte Dienste sozusagen ein Subset sind. Also eine Spezialform, die auf Basis von Verbindungslosigkeit implementiert ist. Also Verbindungslosigkeit ist nicht eine notwendige Bedingung für verbindungsorientierte Übertragung, aber eine hinreichende Bedingung für verbindungsorientierte Übertragung. Ja, in Englisch nennt man das dann Connectionless Services und die möchte ich Ihnen zumindest abstrakt mal erklären. Wie gesagt, wir kommen dann nochmal zu UDP und besprechen genau, wie das läuft. Ja, das Ziel ist, ich möchte eine Nachricht sofort lossenden, unkompliziert, ohne große Aushandlung von Verbindungsparametern im Vorhinein. Über die Nachteile reden wir dann, das hat natürlich auch Nachteile, wenn ich diese Einfachheit... Und ja, wie funktioniert das mit unseren Primitiven, also mit so einer generischen Dienstschnittstelle? Naja, indem Sie einen Data-Request übergeben. Ja, also Sie haben eine Data-Nachricht und Sie übergeben, ja, mithilfe des Requests primitiv sozusagen diese Nachricht an das Netz. Das Netz überträgt die Nachricht dann natürlich, also macht seinen Dienst, von dem Sie überhaupt nichts mitbekommen auf Transportschicht und macht dann natürlich eine Data-Indication draus. Also im Prinzip, so wie wir es vorher besprochen haben mit dem X, da war das noch abstrakter, haben wir das halt X genannt. Jetzt brechen wir das auf ein Datenpaket runter. Ja, das ist sinnvoll bei kurzen Nachrichten, das ist aber insbesondere auch sinnvoll, das steht hier nicht auf der Folie, das möchte ich ergänzen, bei latenzrelevanten Diensten, also bei Diensten, die eine schnelle Übertragung mit möglichst wenig Verzögerungen und möglichst wenig Jitter brauchen. Wenn einfach Pakete direkt, ohne das mühselige Aushandeln einer Verbindung losgeschickt werden sollen. Und naja, Sie alle profitieren gerade von einer Anwendung von UDP und UDP ist wie gesagt ein verbindungsloses Protokoll und das ist eben BigBlueButton. Also das haben wir ja vorhin auch besprochen. Die Audio-Pakete, die ich hier sende, die werden als UDP-Pakete verschickt, damit das einfach schnell geht, also als verbindungslose Pakete und damit Sie die möglichst schnell innerhalb von diesem 200-Millisekunden-Fenster, was ich vorhin erwähnt habe, bekommen. Ja, 200 Millisekunden ist so der Worst Case, also 100 Millisekunden oder 150 sind eigentlich besser. So, hier wird es nochmal erklärt, ja, Service mit allen Parametern, Data Request, da haben Sie dann Source Destination Identifier, das sind diese Adressen, wie gesagt nicht notwendigerweise IP-Adressen, aber vielleicht Prozessadressen, komme ich nachher nochmal im Detail zu. Und dann die SDU, also Service Data Unit, also die Payload, der Datenteil. Und das geht natürlich als Data Indication hoch. Hier haben wir das nochmal ganz schön einfach erklärt in Form dieses MSCs von einem Message Sequence Chart und da ist dann M sozusagen die Message und S, ja, Zielindex und D, Quellindex. So, jetzt wird es ein bisschen spannender, was passiert denn bei Fehlern? Sie sehen hier einen Fehler. Aus der Payload MSG in ASCII-Text, ja, ist die Payload XYZ geworden. Das heißt, hier sind irgendwie Daten manipuliert worden oder da sind Bits gekippt. Also entweder ein Übertragungsfehler oder vielleicht eine Manipulation zwischendurch. Man weiß es nicht, aber man weiß, dass hier ein Fehler passiert ist. Das ist eine Fehlerklasse, ja. Also Daten, ja, Korruption oder, ich würde es jetzt mal sagen, Bitfehler oder Bytefehler. Darüber haben wir auch ausführlich gesprochen, natürlich, auf den tieferen Schichten, woher sowas kommen kann, ja. Und die tieferen Schichten sind ja weiterhin präsent, ne. Das ist ja nicht so, dass, die sind halt nur in der Blackbox drin, wir sehen die auf Transportschichten nicht mehr. Aber natürlich kann auf physikalischer Ebene jederzeit ein Bitflippen, auf Layer 2 kann jederzeit ein Frame-Sync oder ein Frame-Asynchronität passieren. Oder irgendwelche Fehler im Ethernet geben, dass da Ethernet-Frames verloren gehen, Pufferüberlauf an der Karte, habe ich alles schon gehabt, ja. Ob Sie das so mitkriegen, ist eine andere Frage, aber das kann natürlich jederzeit passieren. So, der nächste wäre dann Paketverlust. Das ist ein nächster Fehlertyp, der jetzt eben keine Bits flippt, sondern einfach das Paket droppt, ja. Das ist vom, sorry, ich zeige es dir nochmal, jetzt muss ich mich wieder durch die Animation hangeln, so. Ja, da sehen Sie, das Paket ist weg, Destination weiß gar nicht, dass jemals was durchgeschickt wurde. Über ARQ-Protokolle haben wir ja schon gesprochen, die kommen nachher bei TCP natürlich nochmal. Ja, also da gibt es natürlich auf Layer 2, zum Beispiel bei LTE wird das massiv gemacht, aber auch manche WLANs machen das, da gibt es dann natürlich Mechanismen dagegen was zu tun. Aber TCP macht das dann eben auch, mit Hilfe von ARQ, also dann diese Rückwärtsfehlerkorrektur. So, der nächste Fehlertyp ist Verdopplung. Das sehen Sie hier, also wieder die Payload MSG wird losgeschickt, die kommt auch sogar richtig an bei der Destination, aber eben zweimal. Ja, da ist vielleicht ein Router falsch implementiert oder zwischendurch ist mal ein Paketverlust aufgetreten und der korrigiert werden konnte, aber der wurde leider, wurde das, ja, wurde vielleicht eine Rückwärtsfehlerkorrektur angestoßen und es gibt eine Verdopplung. Wir haben ja bei ARQ darüber gesprochen, wir hatten ja so einen naiven Entwurf, als wir das Link-Layer besprochen haben, von so einem ganz einfachen ARQ-Protokoll und das hat ja auch Verdopplungen verursacht. Also wenn da irgend so ein Fehler auf Layer 2 passiert oder auch auf IP-Ebene mit einem schlecht konfigurierten Router, dann können Sie da auch solche Verdopplungen haben. Ja, das ist ein anderer Fehlertyp. Und den muss man natürlich auch anders behandeln, als zum Beispiel ein Paketverlust. Ja, bestenfalls erkennt das Ziel das und droppt es, kann das Ziel hier in diesem Beispiel erkennen, dass da eine Verdopplung passiert ist? Natürlich nicht. Wir haben ja keinen Index, wir haben ja hier keine Sequenznummer für die Nachricht, die eindeutig sein sollte. Und es kann ja auch einfach sein, dass die Quelle, also für die Destination, die Destination weiß ja nicht, ob die Quelle den String MSG nicht zweimal geschickt hat. Ja, also muss es den so, wie das jetzt hier läuft, einfach auch zweimal hochgeben an die Applikationsschicht. Und vielleicht kriegt die Applikationsschicht das dann wieder korrigiert, aber ein verbindungsloser Dienst, also der nicht da irgendwelche Erkennungsmechanismen implementiert hat, würde das auch direkt so hoch geben als Verdopplung. Ja, das ist interessant. Wir haben vielleicht ein ARQ-Protokoll auf der unteren Schicht, die sowas ausfiltert. Und wenn es das aber nicht schafft, würde die Transportschicht das auch nicht schaffen, weil die Transportschicht hat nicht nochmal einen Index, also zumindest in dieser Implementierung, für Segmentnummern. Also UDP, kann ich Ihnen jetzt schon mal spoilern, hat auch solche Indizes nicht. UDP würde diese Verdopplung einfach direkt hochgeben. Und dann ist es wieder an der Applikationsschicht, ob die das rausfindet oder eben nicht. Also ob es auch implementiert ist, dann natürlich zum Beispiel im Web-Server oder im Web-Client. Dann haben wir noch den nächsten Fehlertyp, das wäre jetzt Einhalten der Reihenfolge, oder Reihenfolgeveränderung, wenn Sie so möchten. Sie sehen es hier, zwei Nachrichten werden losgeschickt mit der jeweiligen Payload A und B. Und die werden einfach vertauscht. Also da haben wir eine Verletzung der Reihenfolgetreue. Und auch das ist ein Fehler, den Sie zum Beispiel auf UDP-Ebene nicht erkennen würden. Sie wissen ja nicht, in welcher Reihenfolge die losgeschickt werden. Sie können es also nicht korrigieren. Auch da fehlen wieder Sequenznummern. Das könnte man mit Sequenznummern dann wieder, wenn man weiß, dass die hoch iteriert werden in irgendeiner Form, könnte man das natürlich dann wieder einfach abfangen. Aber Sequenznummern in primitiven, verbindungslosen Protokollen, also so wie in UDP, haben wir nicht. Ja, hier ist auch nochmal ein anderes Beispiel, warum solche Reihenfolgevertauschung passieren kann. Ja, Sie sehen es hier. Das hat zum Beispiel, hat die erste Nachricht eine höhere Latenz erfahren als die nächste Nachricht. Ja, Sie sehen, da ist ja ein ganzes Netz dazwischen. Und vielleicht ist A über einen langsamen Router oder über einen Router mit einer vollen Warteschlange geschickt worden, wohingegen B eine schnelle Verbindung hatte. Vielleicht hat der Router inzwischen seine Warteschlange abgearbeitet oder Sie haben eine andere Route genommen für Pakete A und B. Man weiß es nicht auf Transportschicht, aber aufgrund dieser unterschiedlichen Verzögerungen haben Sie einfach ein Vertauschen dieser beiden Nachrichten. Das kommt relativ oft vor. Denken Sie ja daran, wir haben ja kurze Pakete und die sind halt nur ein paar Millisekunden teilweise unterwegs. Also da kann sowas mal eben schnell passieren. Das ist da aufgrund von ein paar weiteren Millisekunden Verzögerungen oder Änderungen der Verzögerungszeit Jitter wieder. Hier haben wir wieder den Effekt von Jitter. Also Jitter als Schwankung der Verzögerungszeit. Und da sehen Sie, dass das eben auch zum Vertauschen von Paketen führen kann. So, das ist verbindungsloser Dienst. Bisher, wie gesagt, keinerlei Acknowledgements, daher auch keine Rückwärtskorrektur der Fehler. Auch keine Flusskontrolle. Also einfach direktes Zublasen des Eingangspuffers durch den Sender, durch die Wahl einer zu hohen Senderate ist durchaus möglich. Und jetzt möchten wir mal dagegen was tun, also gegen diese ganzen Fehlerfälle. Und, naja, wie machen wir das? Wir führen eine Quittierung ein, wir führen ein Acknowledgements ein und eine Confirmation ein. Und was wir dann eben machen können, ist sozusagen eine Confirmation. Sie sehen die hier unten links bei der Quelle. Die setzt ja eine Bestätigung voraus. Also wenn ich bei meinem Quell-SAP, also sozusagen bei der Quelle, ein Confirm primitiv rausgeben will, also sagen will, dass Daten angekommen sind, dann setze ich ja voraus, dass es da irgendeine Bestätigung gegeben hat. Ich kann ja nicht einfach blind ein Confirm rausschicken. Und das müssen wir dann halt in irgendeiner Form implementieren. Und wenn wir das alles machen, ja, also im Prinzip Rückwärtsfehlerkorrektur, Bestätigung, also mit Hilfe von Bestätigung, mit Hilfe von Acknowledgements, Indizes zum Abfangen von Duplikaten und Reihenfolgetreuung, Verletzungen, ja, also Paketverzögerung, dann landen wir beim verbindungsorientierten Dienst notwendigerweise. Also es ist ein ziemlicher Unsinn sozusagen, ein ARQ in UDP einzubauen und dann so zu tun, als wäre das noch verbindungslos. Weil, sobald Sie ein ARQ einbauen und brauchen Sie eine Verbindung, weil Sie müssen Parameter aushandeln, zum Beispiel den Sequenznummerraum. Und wie handele ich Parameter vor einer Übertragung aus? Naja, indem ich eine Verbindung aushandle und dabei zwischen Sender und Empfänger, zum Beispiel die Größe des Empfangspuffers austausche und die aktuell genutzten Sequenznummern. Das sind dann so Verbindungsparameter, die Sie haben. Das bedeutet also, man kann natürlich sich da so eine Grauzone vorstellen und sagen, ich will jetzt eine Teilfunktionalität haben, die irgendwo zwischen verbindungsorientiert und verbindungslos ist. Also man kann verbindungsorientiert so ein bisschen relaxen bei der Implementierung. Aber man kommt da relativ schnell an den Punkt, wo man sagt, naja, ich muss, bevor ich überhaupt Daten übertragen kann, Parameter austauschen. Und dann ist man eben wieder beim verbindungsorientierten Modell. Das wird jetzt auch gleich ein bisschen klarer anhand der Beispiele und anhand der Grafiken. Aber das schon mal sozusagen für die Cracks so ein bisschen unter Ihnen als Vorräte. Verbindungsorientierter Dienst oder Connection-Oriented Service Herstellen einer logischen Verbindung zwischen zwei Usern. Es geht nicht um eine physikalische Verbindung. Die Idee kommt natürlich so aus der alten Telefonie-Zeit, wo da wirklich jemand gestöpselt hat und da wirklich eine echte physikalische Verbindung am Ende da war, zwischen zwei Telefonienutzern. Wenn Sie heute Telefonie machen, heutzutage, haben Sie in der Regel Voice over IP. Und das ist ein Layer 7-Protokoll, also ein Applikationsprotokoll, was die ganze Sprachmanagement macht und das auch eine Verbindung aushandelt zwischen zwei telefonierenden Nutzern, aber was auf Basis von verbindungslosen Protokollen auf den tieferen Schichten läuft. Also Voice over IP läuft auf UDP, das ist verbindungslos, das ist Schicht 4. Läuft auf IP, das ist verbindungslos, das läuft auf Schicht 3. Und dann vielleicht diversen WLAN, Ethernet-Techniken etc., die auf den Schicht 2 und 1 laufen. Also das ist ironisch. Also aus diesem alten, verbindungsorientierten, gesteckten Telefonnetz ist inzwischen zwar immer noch ein verbindungsorientierter Dienst geworden über Voice over IP, weil Sie auf Layer 7 ja immer noch Verbindungen haben, aber alles weiter drunten ist verbindungslos. Das ist so, was Ihnen der Stack dann am Ende reinbringt an Kapselung. Also das ist relativ geschickt, dann können wir das so kombinieren. Und das heißt natürlich nicht, dass wenn ich unten auf den tieferen Schichten verbindungslos unterwegs bin, dass ich dann oben keine Verbindungen machen könnte. Natürlich kann ich das. Und TCP und Voice over IP macht das auf Layer 7, wie gesagt, und TCP macht das auf Layer 4. So, Ziel herrscht dann einer logischen Verbindung, daher logisch. Also hier in Blinkschrift logisch. Das ist hier der wichtige Punkt. Im Gegensatz zu physikalisch zwischen zwei Usern. Auch zwei ist hier ein sehr wichtiges Wort. Also Verbindungen, über die Sie einen Multicast machen wollen oder einen Broadcast. Das heißt also eins zu viele Verbindungen. Ein Nutzer sendet, also sowas, was wir jetzt gerade machen. Ich sende und Sie empfangen das alles auf Layer 7. Sie sind relativ sinnfrei. Also man kann sich da streiten, ob das nicht in irgendeiner Form gehen würde, aber Sie landen da, wenn Sie das versuchen, verbindungsorientiert zu machen, kriegen Sie da relativ schnell schwierige technische Probleme. Also zum Beispiel so ein Problem wie, dass der langsamste User in Ihrem Broadcast oder Multicast die gesamte Übertragung für alle beteiligten User runterzieht. Ja, weil Sie müssen da sozusagen den langsamsten ja auch abdecken und das müssen Sie in einem Multicast machen. Und daher ist für Multicast Verbindungslosigkeit eine tolle Sache. Also das ist auch wieder so ein UDP-Paradebeispiel. Und daher ist diese zwei auch hier sehr wichtig. Also wir reden hier in der Regel über den Unicast. Also eine Verbindung zwischen zwei Nutzern. Oder zwei Hosts, ja. So, dann haben wir natürlich zeitlich diverse Phasen bei dieser Verbindung. Wir müssen ja erstmal eine Verbindung aufbauen, bevor wir überhaupt über eine Verbindung reden können. Dann haben wir den Datenaustausch. Das ist sozusagen die produktive Phase, in der dann möglichst effizient natürlich Daten ausgetauscht werden. In der Regel reden wir hier über Vollduplex. Also auch TCP natürlich. Also es sei denn, ich erwähne das, aber das gilt natürlich immer für TCP auch, was ich hier sage. Also auch TCP macht einen Unicast in Vollduplex. Also beide Seiten, beide Nutzer können gleichberechtigt senden und empfangen. Und gleichzeitig natürlich auch. So, und dann haben wir natürlich die letzte Phase, das ist der Verbindungsabbau, der hoffentlich geordnet stattfindet. Wenn der nicht geordnet stattfindet, weil zum Beispiel ein Client einfach weg ist, dann müssen die Protokolle damit natürlich auch klarkommen. Aber normalerweise ist diese Phase dann da. So, Nutzen. Ja, Austausch von vielen Nachrichtendaten in einer strukturierten Form. Und insbesondere, das steht hier nicht auf der Folie, in einer sicheren, zuverlässigen Form. Sicher jetzt bitte nicht in kryptografisch sicher oder im Sinne von IT Security, sondern wirklich im Sinne von Zuverlässigkeit. Bestenfalls garantierter Zuverlässigkeit. Da sage ich nachher nochmal was bei TCP, was diese Garantien dann wirklich bedeuten. Und was auch wieder ein bisschen witzig ist. Also Sie möchten auf Basis von unzuverlässigen Schichten, also alles unter Schicht 4 ist unzuverlässig. Und jetzt sagen Sie auf Schicht 4, ich möchte jetzt aber bitte garantiert zuverlässig sein. Das geht mit einer Ausnahme, auf die wir später noch kommen werden. Ja, Verbindungsaufbau, so allgemein gesagt, sind dann diese Primitive dabei beteiligt. Also wir haben Connect Request. Sie sehen es in dem MSC. Daraus wird natürlich eine Indication, Connect Response und ein Confirm. Ja, also Sie haben sozusagen die Connect Nachricht oder einen Connect Nachrichtentyp, der hier entsprechend verwendet wird. Aber Sie haben dieselben Primitive wie vorher. Sie haben Request, Indication, Response, Confirm. Ja, an der Stelle, Sie sehen halt wie dieses Primitivmodell halt sehr gut generalisiert. Vorher hatte ich eine Data Nachricht, jetzt habe ich halt eine Connect Nachricht. Ja, und in blau ist ja auch nochmal dargestellt, was dann passiert bei den Hosts und ab wann es spannend wird. Also Sie sehen, sobald der Request dann angekommen ist bei der Destination, geht eine Indication hoch an die Anwendungsschicht. Und sobald die Anwendungsschicht dann... Entschuldigung, die Indication geht nicht an die Anwendungsschicht. Also sobald die Connect angekommen ist, der Connect Request, dann geht die Indication an den Stack und sobald das Layer 4 Protokoll auf dem Stack, also zum Beispiel TCP, dann mit einem Response antwortet, dann geht das wieder zurück über das Netz und geht mit Hilfe eines Confirms Primitiv dann auch wieder an das Schicht 4 Protokoll der Quelle und ab da wird die Verbindung als offen betrachtet. Wir werden das für TCP noch im Detail durchsprechen. Das ist dann, wenn das Port sozusagen auf ist. Also dann ist das passiert. Es gibt natürlich Sonderfälle, die man da betrachten muss. Und einer davon ist das Zurückweisen des Aufbaus, also des Verbindungsaufbaus. Und das kann man einfach lösen, indem man eine Disconnect-Nachricht zurückschickt von der Destination. Also wenn die Destination die Verbindung nicht aufbauen will, das aber freundlicherweise der Quelle mitteilen will, das muss sie nicht unbedingt tun, aber das freundlicherweise tun möchte in Form einer geordneten Kommunikation, dann würde die halt ein Disconnect-Request zurückschicken nach Empfang eines Connect-Indication. Und ja, dann würde sich der Stack der Quelle das merken und wenn zum Beispiel von einer höheren Schicht, also von einer Applikationsschicht wieder ein Request folgen sollte an dieses Ziel, dann würde der Stack das zum Beispiel auch sich schon gemerkt haben oder der nächste Router hätte sich das gemerkt. Also das ist tatsächlich auch möglich, dass dann die Provider das dann auch zurückweisen. Also das sind so zwei Typen. Also sie haben einmal eine End-zu-End-Zurückweisung im ersten Fall und im zweiten Fall haben sie eine Zurückweisung durch einen Provider. Also zum Beispiel durch einen Router, entweder weil, wie gesagt, vorige Disconnect-Requests gemerkt wurden oder weil der Provider meint, sie hätten vielleicht ihre Rechnung nicht bezahlt oder so. Dann könnte das sozusagen direkt auf Routerebene oder auf dem nächsten Schritt schon zurück passieren. Wenn sie zum Beispiel im Mobilfunk nicht reinkommen, weil sie vielleicht den Vertrag nicht bezahlt haben oder es einen Fehler gibt, dann wäre das zum Beispiel die Möglichkeit, sowas früh, selbst wenn sozusagen die Funkverbindung da ist, dann auf logischer Ebene dem Kleinen mitzuteilen. Gut, dann haben wir das erstmal so hoffentlich geschafft, die Verbindung. Dann sind wir im Nachrichtenmodus beim Datentransfer. Nachrichtenmodus ist eine Art, so einen Datentransfer zu machen. Ich komme gleich noch auf eine andere Art. Und naja, Sie sehen, da haben wir den Connect-Request-Confirm. Dann haben wir halt unseren Handshake. Also das nennt man der Handshake, diesen Aufbau. Und das ist in dem Fall ein Zwei-Wege-Handshake. Ja, Sie sehen ja hier einmal Ping-Pong, also Request hin, Response zurück. Zwei-Wege-Handshake. Klar. So, dann haben wir die Verbindung bestehen und dann kann ich Nachrichten schicken und das mache ich. Ja, allgemein sagt man da Nachrichten, weil die keine beschränkte Länge haben müssen und auch eine Variable Länge haben können. Auf TCP- und UDP-Ebene heißen diese Dinger Segmente. Ja, das ist dann wieder ein spezieller Name für Pakete auf der Transportschicht, wenn man da über TCP- und UDP redet. Und ja, Sie sehen, das wird hier einfach nacheinander geschickt und die Nachrichten gehen einzeln raus und nacheinander raus. Und Sie sehen auch, dass ein Data-Indication auf dem Zielknoten für jeden Data-Request geschickt wird. Es gibt noch eine andere Form des Datentransfers, das ist der sogenannte Stream-Mode oder Strom-Modus könnte man das übersetzen. Und da werden eben nicht einzelne Nachrichten versendet. Sie sehen das hier unten, also der Verbindungsaufbau ist wieder identisch, das ist passiert, aber dann sende ich quasi einen Nachrichtenstrom und das passiert so byteweise. Also das ist im Wesentlichen ein Bytestrom, der da versendet wird. Und das bedeutet, dass die Paketgrenzen, die Sie vorher hatten, also vorher hatten wir ja zum Beispiel, ja, wir senden oder wir sehen ja hier, was wir vorher hatten, auf der linken Seite bei der Quelle, da werden einfach immer nur zwei Bytes losgeschickt, ja, A, B, C, D und E, F und Sie sehen aber, dass diese Grenze aufgehoben ist, Sie erkennen das daran, dass zum Beispiel bei der dritten Nachricht, bei der Destination, die hat eben nur ein Byte, wohingegen die letzte dann die drei Bytes hat. Ja, also die Reihenfolge-Treue ist immer noch da, aber die Paketgrenzen wurden eben nicht mehr berücksichtigt und das ist natürlich so bei Streaming, also denken Sie an Video-Streaming oder Audio-Streaming, also vielleicht jetzt auch nicht so Echtzeit, aber da würde man das eher nicht so machen, da würde man, wie gesagt, eher mit UDP arbeiten, aber so bei YouTube oder Spotify oder solchen Diensten, da kann man das so machen, da ist das ja auch egal, ob welche Audio-Teile oder welche Video-Teile in welchem Paket stecken, das ist ja letzten Endes vom Dienst her ein Strom, ein Datenstrom, der da prozessiert wird, kann man aber auch für die Datenübertragung verwenden, also wenn Sie irgendwie massiv Sensordaten zum Beispiel beim CERN, beim Large Shuttle Collider abgreifen wollen mit einer sehr hohen Datenrate, weil der Sensor einfach sehr, sehr viele Daten produziert, dann würden Sie das auch eher als Datenstrom implementieren und nicht irgendwie noch Pakete packen, die Zeit haben Sie da einfach gar nicht. Gut, Verbindungsabbau, das ist so die letzte Phase, da gibt es einen nicht geplanten Abbau, das ist klar, also entweder kann der User einfach, ja, also virtuell sterben sozusagen, einfach weg sein oder es gibt ein Netzwerkproblem, also das weiß man nicht, das sieht man ja auch, wie gesagt, die Ursache auf Transportschicht dann nicht mehr und hier haben wir den Fall, dass dann einfach der, ja, Pakete verloren gehen auf der Rückseite, Sie sehen es hier, hier habe ich zwei Paketverluste und, ja, dann würde der Sender kann zum Beispiel ein Disconnect Request schicken und wenn der dann ankommt, kann, ja, die Destination dann Disconnect Indication dann an seinen Stack hochgeben. Ja, das ist also der abrupte Verbindungsaufbau, zum Beispiel auf Basis von Paketfehlern. Geordneter Verbindungsaufbau, Entschuldigung, geordneter Verbindungsabbau wäre dann auch eben wieder so ein Handshake. Sie sehen es hier, ich habe hier eine Datenübertragung so und jetzt sagt die Quelle, so, ich habe jetzt alle Daten übertragen, das ist der rote Teil auf der linken Seite, also so ein Graceful Parameter wird an den Disconnect Request dann rangehangen und das gibt die Destination dann auch wieder hoch und antwortet dann vielleicht noch mit einem anderen Data Request, weil es kann ja sein, dass bestimmte Pakete noch gar nicht angekommen sind und da hat dann die Destination in diesem Fall Zeit, das der Quelle zu sagen. Und erst wenn die Destination nichts mehr erwartet, würde die Destination hier den Disconnect Request Graceful schicken, also den blauen Teil auf der unteren rechten Seite, also so nach dem Motto, ja, ich habe alles und wenn der dann angekommen ist, gilt die Verbindung als beendet. Also auch hier haben wir wieder so ein Handshake und wenn Sie mal so überlegen, wie Sie kommentieren oder Entschuldigung, wenn Sie mal so überlegen, wie Sie telefonieren, wenn Sie über eine sehr schlechte Telefonverbindung telefonieren, dann würden Sie das vielleicht auch so machen. Dann würden Sie am Ende des Gesprächs fragen, so ist noch was, hast du alles verstanden und dann würden Sie sich das bestätigen lassen vom Empfänger, und der sagt dann, ja, habe alles verstanden, habe auch nichts mehr zu diskutieren und dann ist die Verbindung beendet. Das ist so der geordnete Verbindungsabbau, den wir hier haben. Ursache, warum macht man das eben, damit man der Quelle noch die Chance gibt, ausstehende Pakete nochmal abzufragen oder fehlende Pakete nochmal abzufragen. Das ist ein wesentlicher Dienst, den in TCP bietet. Wir haben bisher darüber gesprochen, warum wir verbindungsorientierte Protokolle brauchen. Ich hatte das erwähnt, wir hatten gesagt, Zuverlässigkeit und ja, wie haben wir Zuverlässigkeit zum Beispiel auf Layer 2 implementiert? Naja, das haben wir durch die Rückwärtsfehlerkorrektur implementiert, also durch das ARQ. Das haben wir ja allgemein auf Schicht 2 besprochen, weil wie gesagt, viele Schicht 2 Implementierungen machen das und TCP macht das auch und sie haben bei ARQ ja zwei Funktionen, die sie da mitbekommen. Sie haben diese Rückwärtsfehlerkorrektur, also Pakete, die nicht angekommen sind oder die falsch angekommen sind, werden nochmal angefragt. Ja, ich frage einfach nochmal nach, wenn ich was nicht verstanden habe. Das ist Rückwärtsfehlerkorrektur im Gegensatz zur Vorwärtsfehlerkorrektur, wo ich eben mit Hilfe von der Redundanz das eben selbst korrigieren kann als Empfänger und zusätzlich zu der Rückwärtsfehlerkorrektur bietet Ihnen die ARQ ja noch die Möglichkeit der Flusskontrolle und das haben wir auf Layer 2 ja, als wir das Link Layer besprochen haben, also Layer 2.1 genau genommen, ja ganz genau besprochen. Da haben wir ja uns ein eigenes Protokoll implementiert, dann haben wir über diese Sliding Window Protokolle gesprochen und das war ja, was wir da ausgenutzt haben, war, wenn ich jetzt eben eine Rückmeldung schon geben muss an den Empfänger aufgrund von potenziellen Paketverlusten, dann kann ich doch auch gleich diese Rückmeldung nutzen, um zu sagen, hey, hab alles verstanden, schick gleich das nächste Paket weiter. Ja, Eingangspuffer leer oder nicht voll zumindest, also lieber Sender, gleich bitte das nächste Paket schicken. Ja, und wenn, das ist einfach eine Sache, die kriegt man da kostenlos mit, man muss das nicht gleichzeitig implementieren, aber man kann es. Und das macht TCP und das ist was, worauf die Flusskontrolle von TCP basiert, also letzten Endes auf dem ARQ. Ja, und jetzt gehen wir da mal ein bisschen ins Detail, also, und ich werde jetzt auch die variablen Namen da gleich so verwenden, wie die in der TCP-Spec, also in der RFC von TCP verwendet werden. Wir haben einen Empfangspuffer, Receive Buffer, und wie gesagt, das haben wir bei Layer 2 ja schon besprochen. Das ist die Größe des Eingangspuffers beim Empfänger, wenn der groß ist, dann würde ein Empfänger viele Pakete akzeptieren, auch zwischenpuffern können. Wenn der klein ist, entweder weil der Empfänger diesen Speicher nicht hat, oder in dem wahrscheinlicheren Fall, dass der Empfänger vielleicht ein bisschen mehr Echtzeit will, dann haben sie da eben eine kleine Variable. Also das legt der Empfänger fest und das müsste der natürlich dem Sender auch mitteilen und deswegen, ich sage es nochmal, brauchen wir eine Verbindung. Das teilen wir bei der Verbindungsaushandlung natürlich teilt der Empfänger dem Sender die Größe seines Eingangspuffers mit. So, die nächste Variable ist LastBitRed. LastBitRed steht für Nummer des letzten Bytes im Strom, das vom Anwendungsprozess gelesen wurde. Also das ist letzten Endes das letzte Byte, was ordnungsgemäß an Layer 7 hochgegeben wurde. Ja, das ist einfach Buchhaltung. Also ich weiß dann, was hat Layer 7 bekommen. LastBitReceived, das ist die Nummer des letzten Bytes, das vom Netz eingetroffen ist, aber noch nicht von der Anwendung gelesen wurde. Das heißt, wo sind diese Bytes? Naja, die sind natürlich, also alles, was zwischen LastBitRed und LastBitReceived ist, ist natürlich im Eingangsproffer. So, NextBitExpected ist ein Byte, was ich noch nicht empfangen habe, was ich aber als nächstes erwarte. Ja, also Sie sehen, wir machen hier Buchhaltung und auch zeitliche Buchhaltung von Bytes auf TCP-Ebene beim Empfänger. Machen wir beim Sender auch, aber ein bisschen anders. So, und natürlich gilt, dass LastBitReceived minus LastBitRed kleiner gleich Puffergröße ist. Ja, ich kann nicht mehr Bytes in meinem Puffer speichern, als mir die ReceivedBuffer-Variable erlaubt. Wenn die 1000 ist, zum Beispiel, also ReceivedBuffer gleich 1000, kann ich nicht mehr als 1000 Bytes im Puffer speichern. Und LastBitReceived minus LastBitRed ist natürlich die Anzahl der Bytes, die im Puffer gespeichert sind. Ja, wenn das jetzt zu schnell geht, einfach nochmal in Ruhe über die Definition nachdenken. Das ist nicht schwer. Das folgt einfach direkt aus der Definition dieser Zusammenhang. So, natürlich gilt auch LastBitRed kleiner NextBitExpected. Logisch, ich erwarte ja eine nächsthöhere ByteNummer. Ja, ich inkrementiere meine Bytes. Das steckt eigentlich in dieser Regel drin. Also, ich inkrementiere meine ByteNummern oder ByteIndizes, wenn wir es allgemein sagen wollen. Ja, wenn ich LastBitRed 1000 habe, dann erwarte ich natürlich 1001 und nicht 999. So, und NextByteExpected kleiner gleich LastByteReceived plus 1. Ja, ich erwarte, was steht in dieser Regel? Naja, in dieser Regel steht, ich erwarte in der Regel das nächste Byte. Also, ich inkrementiere in 1er-Schritten. Also, ich benutze 1er-Inkremente. Oder, gegebenenfalls auch mal größere. Deswegen habe ich hier nicht ein IstGleich stehen, sondern ein kleiner gleich. aber zumindest nutze ich 1er-Inkremente. Das ist, wie man diese letzte Regel interpretieren könnte. Hier ist das mal grafisch illustriert. Sie haben ja, den ReceiveBuffer so als großen, als große Warteschlange. Da gehen links Daten von IP rein und rechts werden Daten abgeholt vom Anwendungsprozess. Das ist, wie gesagt, der Empfangspuffer. Und Sie kriegen ja von Layer 3, also von IP-Daten und Layer 7, also die Anwendung, holt, also der Anwendungsprozess, der eben zu diesem Port passt, ich habe es ja vorhin schon gespoilert, wozu Ports da sind, der holt dann eben die Puffer-Daten, gepufferten Daten rechts ab. Und, naja, wie gesagt, dieser Bereich ist ReceiveBuffer groß. Das ist einfach, wie wir diese Variable definiert haben, die Größe des Gesamtpuffers. Und ReceiveWindow ist eben der Bereich, der noch leer ist. Ja, und logischerweise ReceiveBuffer minus ReceiveWindow ist der Teil, der voll ist. Und man kann natürlich die Größe des ReceiveWindows so wie unten gezeigt auch ausrechnen, also einfach ReceiveBuffer, also Maximalgröße minus LastBitReceived minus LastBitRed. Ja, dann kommt einfach die leere Größe raus. Ja, das ReceiveWindow wird übrigens auch vom Empfänger verwaltet. Das ist die Fenstervariable. Das wissen Sie aber eigentlich schon. Wir haben ja SlidingWindow besprochen und da wissen wir ja, dass der Empfänger dem Sender auch die Größe des Empfangsfensters mitteilen muss. Also nicht nur die Puffergröße, also die maximale Größe des Empfangsfensters, sondern auch die aktuelle Größe des Empfangsfensters. Das ist hier der Zusammenhang. Also maximale Größe des Empfangsfensters wäre ja, wenn der Puffer komplett leer ist, eben ReceiveWindow ist gleich ReceiveBuffer. Instantan ist die natürlich kleiner. Also wenn dann eine Übertragung läuft und noch Daten zwischengepuffert sind, dann ist natürlich ReceiveWindow kleiner als ReceiveBuffer. Wie sieht das jetzt am Sender aus mit der TCP-Flusskontrolle? Welche Variablen werden da verwaltet und wie ist da der Zusammenhang zwischen diesen Variablen? Der Sender verwaltet LastByteSend. Logisch, ne? Der merkt sich einfach die Nummer des letzten Bytes, die er verschickt hat. Und er merkt sich LastByteAct, das ist die Nummer des letzten Bytes, das bestätigt wurde. Ja, und das was heißt bestätigt? Naja, das heißt, dass aus dem Netz ein Acknowledgement gekommen ist. Ja, und genau dieses Byte bestätigt hat. Und er merkt sich LastByteWritten. Das ist das letzte Byte, was der Empfänger, Entschuldigung, das ist das letzte Byte, was der Sender vom Anwendungsprozess, also von Schicht 7, erhalten hat. Der Anwendungsprozess, deswegen steht hier geschrieben, schreibt ja in den Ausgangspuffers, schreibt ja in den Ausgangspuffer des Senders, also in den TCP-Ausgangspuffer. Und das letzte Byte, was eben, ja, irgendein Layer 7-Prozess, der zu diesem Port passt, also zu diesem Senderport passt, geschrieben hat, nennt sich dann LastByteWritten. Also auch einfach nur ein Index auf dem Byte. So, jetzt gibt es wieder ein paar Zusammenhänge zwischen diesen Variablen. LastByteSend minus LastByteAct kleiner gleich ReceiveWindow. Ja, das ist eigentlich ja auch klar, wenn man sich die Definition nochmal anschaut, weil es kann ja nicht, es können ja nicht sozusagen mehr Bytes ausstehen, als das ReceiveWindow definiert. Wenn das ReceiveWindow 1000 ist, ja, können ja nicht mehr als 1000 Bytes gesendet werden. Ja, und das ist, was hier einfach hinter dieser Regel steht. Ja, genau, hier wird es nochmal erklärt. Also Sie sehen es ja in kleiner Schrift darunter, habe ich jetzt nochmal Erklärung eingeführt. Ja, weil das Empfangsfenster natürlich maximal in meinem Beispiel 1000 ist. Es liegt immer zwischen LastByteAct und LastByteSend. So, jetzt haben wir hier LastByteAct, kleiner LastByteSend. auch logisch, weil natürlich nur vorhergehende Pakete, also kleinere Paketnummern bestätigt werden können. Wenn ich jetzt ein Paket schrummlos schicke, also ich schicke jetzt Nachricht 42 los, dann schicke ich Nachricht 43, 44 los, dann kriege ich natürlich meine Acknowledgements auch in der Reihenfolge 42, 43, 44 rein. Ich kriege nicht erst Acknowledgement 44 und dann später irgendwann Acknowledgement 42. Also zumindest würde ich das so erwarten bei Reihenfolgetreue. Und selbstverständlich, noch viel schlimmer, kriege ich natürlich keinerlei Acknowledgements zurück für Pakete, die ich noch gar nicht gesendet habe. Und das ist eigentlich, was hinter dieser Regel steht. Ich kann natürlich keine Axt erwarten für Pakete, die ich noch gar nicht verschickt habe. Also muss LastByteAct kleiner als LastByteSend werden. Weil das letzte Byte, was ich geschickt habe, ist ja LastByteSend und alle bestätigten Pakete können nur kleinere Nummern haben. Also ByteNummern haben. So, LastByteSend ist kleiner LastByteWritten. Das gilt, weil Bytes erst mal von der Anwendungsschicht geliefert werden müssen an den TCP-Stack, bevor der die überhaupt senden kann. Ja, das ist auch logisch. Also wenn ich ein Byte überhaupt nicht habe von Layer 7, dann kann ich das noch nicht schicken. Das heißt, meine höchstmögliche ByteNummer überhaupt, wenn ich ByteNummern inkrementiere am Sender, ist eben LastByteWritten. Das ist das Maximum. Alles, was da drüber ist, ist noch auf Layer 7 und kenne ich noch gar nicht. Ja, das sind so ein paar interessante Zusammenhänge nochmal, die auch dabei helfen, so ein bisschen zu verstehen, wie TCP funktioniert. Reden wir mal über den Ablauf zwischen Sender und Empfänger. Also wir haben ja jetzt bisher die Variablen von Sender und Empfänger einzeln betrachtet und nicht den Zusammenhang zwischen diesen Variablen. Und natürlich gibt es, das wissen Sie ja bereits von dem Sliding Window zum Beispiel oder generell von ARQ, interagieren diese Variablen ja miteinander. Und das wollen wir ein bisschen besser verstehen. Und naja, schauen wir uns erst mal an. Also der Sender verwaltet ja die Größe des Eingangsfensters. Receive Window, das ist gerade ja nicht die maximale Fenstergröße, sondern das ist die aktuelle Fenstergröße. Und wovon hängt die ab? Naja, die berechnet der Sender wie folgt. Der rechnet einfach Receive Window ist gleich Puffer, ja, Receive Buffer. Also maximale Größe minus Last Byte Received minus Last Byte Red. Ja, also der zieht einfach das letzte empfangene Byte minus dem letzten gelesenen Byte ab. Ja, und damit weiß der, wie viel im Empfangspuffer noch übrig ist. So, also so würde der Sender diese Puffervariable berechnen. Und, naja, Sie sehen, dass der Sender eben die Größe des Empfangsfensters lernt über Felder, die er bekommt von Empfänger. Last Byte Received und Last Byte Red sind ja vom Empfänger gekommen. Also das sind ja Variablen, die er, die der Empfänger führt. Also lokale Variablen des Empfängers. Und die muss der Empfänger dem Sender ja mitteilen. Und das wird eben über das Feld Window gemacht. Also der Sender rechnet das jetzt hier nicht aus. Also der rechnet nicht diese Formel aus, sondern das wird am Empfänger berechnet, aber dann dem Sender mitgeteilt über dem Header. Also Sie sehen, es muss ja eine Kommunikation geben zwischen Sender und Empfänger, weil Last Byte Received und Last Byte Red sind Empfängervariablen und der Sender braucht ja das aktuelle Empfangsfenster, damit er einfach entscheiden kann, wie viele Pakete er losschicken kann. Und um das eben vom Empfänger zum Sender zu bekommen, gibt es ein Feld im TCP-Header, das heißt Window oder Advertised Window und in diesem Feld wird eben das aktuelle Empfangsfenster mitgeteilt vom Empfänger an den Sender. Wir haben also gelernt, dass ich sozusagen permanent eine Austausch brauche, eine permanente Rückkopplung vom Empfänger an den Sender über das aktuelle Empfangsfenster. So, und der Sender berechnet dann eben dieses sogenannte Effective Window basierend auf diesem Advertised Window Parameter. Wie gesagt, Advertised Window zieht er sich aus dem Header, das kommt also bei TCP-Segmenten, da steht das im Header, wir besprechen den TCP-Header beim nächsten Mal, da steht das dann eben drin, dieses Window-Feld und das holt er sich da raus und dann rechnet er eben in Analogie zu der oberen Formel dann einfach aus, minus last byte send, minus last byte act. ja, also letzte losgesendete byte, minus letzte acknowledged byte, ja, also das ist quasi, was noch im Puffer ist, was ich jetzt am liebsten loswerden würde, im lokalen Ausgangspuffer, das steckt in dieser Klammer da hinten rechts, ne, und das zieht er vom Advertised Window ab, und wenn das größer Null ist, weiß er, dass er Daten schicken kann, und er weiß dann sogar, wie viel Daten er schicken kann, ja, Advertised Window, wie gesagt, aktuell, wie viel Platz hat der Empfänger, das ist eine Rückkopplung, und dann, davon ziehe ich ab, wie viel will ich senden, und dann weiß ich, wenn da was größer Null rauskommt, dass ich das eben auch senden kann. ja, hier steht es auch nochmal, ne, Effective Window muss größer Null sein, damit der Sender weitere Daten senden kann, ist Buchhaltung, also was wir hier machen, ist wirklich ganz einfaches, ähm, ja, Accounting, ne, also wir zählen hier Bytes, und wir schauen, hat der Empfänger überhaupt noch genug Platz, im Empfangsfenster. Ja, Zusammenhang zwischen TCP-Parameter und TCP-Segmentheadern, das sollte jetzt schon so ein bisschen rausgekommen sein, hier sehen Sie das nochmal als Pointer dargestellt, also Sie haben hier den Sendepuffer auf der linken Seite, Sie haben hier den Empfangspuffer auf der rechten Seite, und Sie sehen hier links eben die beiden Pointer, Last Byte Act, Last Byte Send, und dann rechts Last Byte Written, ja, beim Sender, und Sie sehen eben rechts, ähm, wo die Pointer von Next Byte Expected und Last Byte Received sind, ne, und dann ist natürlich beim Empfänger rechts das, was, ähm, sozusagen rausgeholt wurde bereits von der Anwendung ganz weit rechts, dann links ist eben, was ich als nächstes erwarte, und beim Sender haben Sie links, was bestätigt wurde, und rechts, was gesendet wurde, ja, das ist so eine kleine Übersicht nochmal zu diesen einzelnen Pointern, schauen Sie da auch gerne nochmal in Layer 2, 1, ähm, bei dem Sliding Window Protokoll nach, nochmal zum Verständnis und korrelieren Sie das damit, ja, ähm, also das ist dasselbe Konzept, was wir hier machen, also wir machen ein Sliding Window ARQ.